Hallo liebe Autofreunde und zwar heute aus dem neuen Opel Crossland X. Ein kompaktes, praktisches, wendiges, agiles und vor allem auch sehr gut ausgestattetes Auto mit Assistenzsystemen und Features, die man sonst nur aus größeren Klassen kennt. Was mir besonders gut gefällt, sind erstens die LED Hauptscheinwerfer, zweitens das beheizbare Lenkrad, drittens der sparsame und durchzugstarke Motor, viertens die herausragenden AGR Sitze und fünftens die Flexibilität des Innenraums durch die verstellbare Rücksitzplatte. Was mir nicht so gut gefällt ist, dass es erstens keinen Allradantrieb gibt, zweitens leider das Auto nicht mit Erdgasantrieb angeboten wird und drittens dass das Automatikgetriebe nur für den 110 PS Benziner zur Verfügung steht. Der Kleine macht sich echt gut, unter anderem hat der Opel das System Opel OnStar, das nicht nur einen Notruf hat, sondern eben auch einen herausragenden Konserservice, der einem beispielsweise das nächste Hotel zeigt oder einen Gasthof empfiehlt. Herzlichen Dank fürs Zuschauen bei dem Auto 360 Film über den Opel Crossland X. Wenn es Ihnen gefallen hat, schauen Sie wieder rein, abonnieren Sie unseren Kanal. Ich kann Ihnen versprechen, wir werden Ihnen noch ganz wunderbare Filme von herausragend tollen Autos aus allen möglichen Klassen und Segmenten zeigen. Ich sage herzlichen Dank nochmal, Servus und bis bald.